Flux FM in digitaler Gesellschaft. Von den EU-Vorgaben abzuweichen und nationale Sonderwege einzuschlagen. Bis Mai 2018 haben die Mitgliedstaaten Zeit, das jeweilige nationale Recht entsprechend anzupassen. Und in Deutschland arbeitet man daher an einem, Achtung, Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz. Dieses soll noch vor der Bundestagswahl verabschiedet werden. Und also morgen, am Donnerstag, findet im Bundestag die erste Lesung des Vorschlags der Bundesregierung dazu statt. Wie die Bundesregierung von Datenschutz in Deutschland künftig ausgestalten will und was sie davon zu halten ist, das bespreche ich jetzt mit jemandem, der es gut weiß, nämlich der Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft. Hallo. Hi. Hui, da waren ja schon ein paar Zungenbrecher drin. Absolut. Wir müssen aber, glaube ich, nochmal ein bisschen zurückgehen. Wir haben nämlich schon oft mit euch jetzt über die Europäische Datenschutzverordnung gesprochen. Kannst du trotzdem nochmal kurz zusammenfassen, wo es da genau rum geht? Genau, ja. Also es war so, dass wir in Europa eine Richtlinie hatten, die seit 1995 in Kraft war. Also sehr alt und eben überhaupt nicht auf den digitalen Raum angepasst war und dafür vorbereitet war. Deswegen hat man gesagt, insbesondere weil zum Beispiel Unternehmen wie Facebook dann ihren Sitz in Irland gehabt haben, weil dort das Datenschutz relativ, das Recht für Datenschutz relativ niedrig war und damit eben in Europa halt das Level gesunken ist für alle, die dann eben bei Facebook waren. Hat man gesagt, wir brauchen einen einheitlichen europäischen Datenschutzraum, sodass dann solche Unternehmen also nicht mehr nach Irland gehen konnten. und dass es eben auch egal ist, ob ich jetzt in Deutschland, Spanien oder Italien sitze, dass für alle das gleiche Recht gilt und dass ich eben auch zum Beispiel in meiner Landessprache zu meinem nationalen Datenschutzbeauftragten gehen kann und kann sagen, ich habe ein Problem mit Facebook und muss eben nicht nach Irland und dort dann eben auf Englisch mit denen versuchen zu kommunizieren. Das war die Idee. Das hat auch soweit ganz gut geklappt. Man hat dann jahrelang verhandelt, insbesondere im Rat, hat eben die Bundesregierung auch immer wieder versucht, diese Datenschutzverordnung zu torpedieren, hat da immer wieder versucht, das Datenschutzniveau abzusenken. Aber schlussendlich hat man sich dann eben Ende des letzten Jahres, Mitte, also für jetzt knapp ungefähr einem Jahr, hat man sich dann in Europa eben auf so eine Verordnung geeinigt, die auch soweit ganz okay ist. Also sie hat halt noch ein paar Schwachstellen, aber sie hat eben auch vor allen Dingen knapp 70 Öffnungsklauseln. Das bedeutet, dass dann in diesen Nationalstaaten nochmal eben von diesen bis zu 70 Öffnungsklauseln Gebrauch gemacht werden kann. Und jetzt ist eben diese Umsetzung und Anpassungsphase in Deutschland, wo man eben zum einen die Verordnung umsetzt und aber eben auch von diesen Öffnungsklauseln Gebrauch macht. Und das ist ein großes Problem. Wir hatten im November, Dezember schon mal drüber geredet. Da gab es eben den ersten Vorschlag seitens des Ministeriums dazu, wo wir eben das Ganze auch kritisiert haben. Jetzt hat man eben die Bundesregierung eben eine Position, die sich kaum verändert hat. Und die führt eben dazu, dass man eigentlich das, was man auf europäischer Ebene erreicht hat, wieder torpediert. Da werden auch einige europarechtlich schwierige Sachen vorgeschlagen, also die eigentlich dieser Verordnung widersprechen. Und das führt natürlich dazu, dass man eben dann am Ende nicht mehr diesen gemeinsamen europäischen Datenschutzraum hat, den man eigentlich haben wollte, sondern dass hier eben es droht, dass dieses Recht wieder in kleine Einzelteile zerfällt und dann eigentlich keiner mehr so genau weiß, was jetzt eigentlich wo gilt und warum. Ja, ist man genauso schlau wie vorher. Wie sieht denn jetzt nun die Umsetzung aus? Also Ende 2016, da haben wir ja wie gesagt schon mal darüber gesprochen. Wie kann das jetzt konkreter werden? Also weil jetzt, sie höre ich, da kommt ein Gesetz, aber die ganzen europäischen Staaten, die können das jetzt wieder machen, wie sie wollen. Also ist es jetzt nicht da. Gibt es da irgendwie was? Also es gibt Schrauben. Also es gibt einige konkrete Probleme, die wir haben und das ist zum Beispiel eben die Zweckbindung der Daten. Also das bedeutet, wenn ich zum Beispiel bei Amazon ein Buch bestelle, dann darf Amazon diese Adresse eben nur dafür verwenden, um mir dieses Buch zuzuschicken. Ja, und wenn die jetzt aber sagen, wir wollen diese Adresse auch noch dafür nutzen, um die Werbung zuzuschicken, dann bedeutet das, dass diese Adresse ja nicht mehr dem eigentlichen Zweck zugeführt wird, sondern dass die Zweckbindung aufgeweicht wird. Und da gab es eben auch schon in dieser Verordnung viele, viele Kämpfe darum, wann eben so eine Adresse, also wann diese Zweckbindung aufgelöst werden kann. Und da hat man eben gesagt, es darf ein, wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt, dann dürfen Unternehmen eben diese Daten auch für andere Zwecke verwenden. Nun ist es so, dass das jetzt nicht genau definiert ist, wann denn so ein berechtigtes Interesse vorliegt. Und die Bundesregierung geht da eben dann auch noch weiter und gibt dann zum Beispiel eben auch Informationspflichten. Also werden dann noch abgebaut. Das bedeutet, ich gebe meine Daten an dieses Unternehmen. Der Zweck wird geändert, um mir zum Beispiel Werbung zu schicken und ich werde noch nicht mal darüber informiert. Also das bedeutet, ich habe eigentlich überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, was jetzt eigentlich mit meinen eigenen personenbezogenen Daten passiert, für was die verwendet werden und wann die überhaupt dafür verwendet werden und wer darauf Zugriff hat. Und das ist eben zum Beispiel eben so eine Öffnungsklausel, die eigentlich auch gar nicht vorgesehen ist, die die Bundesregierung sich jetzt selber ausgedacht hat und wo wir eben klar sagen, das verstößt ja auch gegen das europäische Recht, was da eigentlich geschaffen wurde. Und deswegen halten wir das für äußerst problematisch. Ein ähnliches Problem haben wir bei der Videoüberwachung. Das wird nämlich auch noch komischerweise mit da drin dann geklärt. Und wir hatten es ja auch schon, es gibt ja auch noch dieses Videoüberwachungsgesetz, was jetzt gleichzeitig auch noch im Bundestag verhandelt wird, wo es eben darum geht, dass die Videoüberwachungsanlagen ausgeweitet werden dürfen, Datenschutzbehörden da nicht mehr reingucken sollen, dass das eben eigentlich zügiger geht, dass dann neue Videoüberwachungsanlagen aufgebaut werden, ohne dass aber bewiesen wird, dass das irgendeinen Sinn macht, um zum Beispiel für mehr Sicherheit zu sorgen. Und hier sagt eben, in diesem Anpassungs- und Umsetzungsgesetz steht dann zum Beispiel auch noch drin, dass eben normalerweise, wenn man jetzt zum Beispiel in ein Einkaufszentrum geht und dort eine Videoüberwachungsanlage hängt, da hängt ja dann auch immer ein Schild, sie werden ja videoüberwacht. Das will man jetzt auch noch weiter aufweichen, indem man eben sagt, dass die zum frühestmöglichen Zeitpunkt muss informiert werden, dass so eine Videoüberwachung stattfindet. Und das ist natürlich auch sehr unspezifisch, weil das muss ja eigentlich spätestens, allerspätestens dann passieren, wenn die Videoüberwachungsanlage aufgebaut ist und aktiv ist. Also da fordern wir natürlich auch nochmal eine Korrektur, weil der frühestmögliche Zeitpunkt ist halt einfach schwammig genug, als dass dann halt eben Betreiber so einer Videoüberwachungsanlage zum Beispiel sagen können, ja, wir hatten keine Schilder mehr da oder wir konnten nichts produzieren oder weiß der Geier, was denen dann halt einfällt, um da irgendeine Ausrede zu finden. Deswegen, also auch hier sehen wir, dass eigentlich der Datenschutz weiter abgesenkt wird, völlig ohne Not und eigentlich hinter das bestehende Recht zurückfällt. Und das kritisieren wir natürlich und das schreibt auch die Verordnung überhaupt nicht vor. Also auch hier geht die Bundesregierung deutlich weiter, als sie eigentlich müsste und macht eigentlich, geht eben diesen Weg, den sie in den Verhandlungen in Europa schon eingeschlagen hat, nämlich dieses Datenschutzrecht zu torpedieren, jetzt in Deutschland weiter und macht das auch noch auf eine europarechtswidrige Ebene. Also das ist jetzt eure Kritik, ne? Genau, das ist ja eine Gesellschaft. Ja, wie geht es denn jetzt weiter? Worauf kann man sich da jetzt einstellen? Naja, jetzt fangen die Diskussionen darüber an, also nur dieses Papier jetzt ohne diese Verordnung, was jetzt die Bundesregierung vorgeschlagen hat, um das Recht eben anzupassen, ist jetzt doppelt so lang wie das bisherige Recht. Also das muss man auch sehen, eigentlich sollte das Ganze ja vereinfacht werden und es ist so, dass nicht nur Bürgerrechtsgruppen wie wir ein großes Problem haben, sondern dass eben auch vor allen Dingen Anwaltskanzleien, aber auch Unternehmen die Pläne der Bundesregierung scharf kritisieren, weil es eben nicht zur Rechtssicherheit führt. Das bedeutet nämlich, wenn wir dann am Ende des Tages eben in allen Mitgliedstaaten der EU wieder überall ein anderes Recht haben, haben wir eben wieder diesen Flickenteppich. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir vielleicht ein Gesetz haben, was europarechtswidrig ist, was dann zwei Jahre später wieder geändert werden muss. Das bedeutet, die Unternehmen müssen ständig auch alles anpassen und das kann natürlich auch nicht der Weg sein. Also da entstehen Kosten für die Unternehmen, da haben die kein Interesse dran. Es entstehen Lücken für Verbraucherinnen und Verbraucher eben im Datenschutz, wo dann eben die Daten sonst wohin fliegen und keiner das Ganze mehr unter Kontrolle hat. Ein ähnliches Problem ist etwa auch bei der Löschung von Daten. Also eigentlich ist vorgesehen, dass man eben zu so einem Unternehmen hingehen kann und kann sagen, ich möchte, dass ihr meine Daten löscht. Hier wird auch eben gesagt, dass wenn das zu kompliziert ist oder wenn der Aufwand zu groß ist, was auch immer das eben bedeuten soll, dann müssen die nur gesperrt werden, die Daten. Also wenn man Daten spannen kann, kann man sie meiner Meinung nach auch löschen. Also hier wird auf vielen Ebenen sozusagen ein sehr merkwürdiger Zweig von Unternehmen entgegengekommen, die nämlich mit personenbezogenen Daten sehr viel Geld verdienen und eben die Verbraucherinnen und Verbraucher werden in Rechten beschnitten. Wie gesagt, wir sind jetzt in der ersten Lesung. Das bedeutet also, die Debatten finden noch statt. Aber man muss natürlich auch sehen, wie gesagt, der Mai 2018 ist der Stichtag. Bis dahin muss das umgesetzt sein. Und wir haben noch dazwischen eine Bundestagswahl. Also eigentlich ist die Regierung jetzt angehalten, das bis zur Bundestagswahl zu verabschieden. Also im Grunde fast bis zur Sommerpause. Und wir vermuten auch, dass das jetzt eben möglichst schnell und ohne Diskussion oder ohne große Diskussion durch den Bundestag gedrückt werden soll. Die Phasen zwischen den Anhörungen, wo die einzelnen Ministerien ihre Vorschläge gemacht haben, waren auch sehr kurz, sodass da eigentlich gar keine Diskussion entstehen konnte. Vermutlich wird die Bundesregierung diesen Weg weitergehen und das halt dann auch entsprechend schnell durchs Parlament prügeln wollen. Und wir versuchen natürlich trotzdem darauf aufmerksam zu machen, wie heute darüber zu reden und eben das Ganze entsprechend zu kritisieren und hoffen, dass wir da noch eben die entsprechenden Änderungen herbeiführen können. Denn sonst droht eben, dass das Ganze auch wieder vor Gerichten landet. Aber auch hier muss man natürlich sagen, dass die Bundesregierung in der Vergangenheit also immer wieder Gesetze auf den Weg gebracht hat, die dann von Gerichten kassiert wurden. Sowas wie die Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel ist das auch so eine Never-Ending-Story, die ständig vor Gerichten liegt. Also sie scheut sich nicht, offensichtlich europarechtswidrige Gesetze auf den Weg zu bringen und die dann später von Gesetzen kassieren zu lassen. Warum sie das tut, ist uns auch schleierhaft. Das steht ja jetzt auch nicht unbedingt gut zu Gesicht. Aber es droht eben genau so zu werden. Und wir versuchen das aber noch so weit wie möglich zu verhindern. Und diesmal gibt es keine Olympischen Spiele oder eine Weltmeisterschaft, wo alle darauf fixiert sind und man kann es durchwinken. Absolut. Also jeder darf es mitbekommen und sich an der Diskussion beteiligen diesmal. Ja, das solltet ihr auf jeden Fall tun. Können wir auch nochmal alles auf jeden Fall sich noch ein bisschen einlesen und beziehungsweise sich bestimmt auch noch ein paar Argumente holen bei euch auf der Homepage auf digitale-gesellschaft.de. Und was wir hier gerade gemacht haben, kann man sich auch nochmal ansehen. Genau. Also wir haben auch noch einen YouTube-Kanal. Da kippen wir dann eben immer diese Folgen dann auf YouTube, auch auf Soundcloud, wer es nur hören will. Kann man immer gerne vorbeischauen. Es sind auch noch viele andere Videos zu verschiedenen Themen von unserem netzpolitischen Abend zum Beispiel. Und wenn man auch bei uns auf der Webseite schaut, dann kann man sich, wer es sehr juristisch mag, auch noch die Stellungnahme von uns dazu durchlesen, die dann eben sehr juristisch argumentiert und eben klar sagt, in welchen Artikeln hier eben zum Beispiel gegen das Europarecht verstoßen wird. Also wer sich zu dem Thema weiter informieren will, wir haben genug Informationen auf unseren Kanälen zur Verfügung gestellt. Dankeschön, Alexander Sander von Digitalen Gesellschaft. Du kommst bald wieder rum, ne? Ja, sehr gerne. Jede Woche. Klar. Flux FM In digitaler Gesellschaft